Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. Unser Thema ist das Miller-Urey-Experiment. Mit dem 1953 in Chicago durchgeführten Experiment konnten die beiden Wissenschaftler zeigen, dass durch chemische Vorgänge komplexe Moleküle des Lebens auf natürliche Weise entstehen können. Die Infografik zeigt den Versuchsaufbau. Für das Experiment wurden Wasser, Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Kohlenmonoxid in einen sterilen 5-Liter-Kolben gefüllt und verschlossen. Dieser Kolben wurde nun mit einem kleineren 500-Milliliter-Kolben, der mit flüssigem Wasser gefüllt war, verbunden. Wichtig bei diesem Experiment war zu beachten, dass sich in der Apparatur wie in der Uratmosphäre kein freier Sauerstoff befindet. Nun wird das flüssige Wasser in dem kleineren Kolben erhitzt, um die Verdampfung zu induzieren. Im Ergebnis tritt der Wasserdampf in den größeren Kolben ein. Ebenfalls wurden kontinuierlich elektrische Funken zwischen den Elektronen abgefeuert, um Blitze in der Wasserdampf- bzw. Gasmischung zu simulieren. So sollten die elektrischen Entladungen die Energiezufuhr durch Gewitterblitze nachbilden. Die so simulierte Uratmosphäre wurde als nächstes abgekühlt, kondensierte und lief in ein Auffangrohr. Bereits nach einer Woche zeigten erste Analysen mittels Chromotographie, dass durch chemische Reaktionen komplexe Moleküle entstanden waren. 18% der Methanmoleküle konnten in Biomoleküle umgewandelt werden und aus dem Rest entstand eine terartige Masse. Der Reaktionsweg beim Miller-Ure-Experiment verlief wie folgt. Aus den Ausgangsstoffen entstehen als erste Zwischenprodukte Aldehyde und Blausäure. In der folgenden Mehrstufenreaktion reagieren die Aldehyde mit Ammoniak, als Katalysator zu Aminosäuren. Die Summengleichung lautet wie folgt. Aldehyd plus Zyranwasserstoff und Wasser reagieren zu Aminosäure. Aus dem Aldehyd-Methanal entsteht die Aminosäure Glycin und aus dem Aldehyd-Ethanal entsteht die Aminosäure Alanin. Unter den Biomolekülen befanden sich Amisensäure, Glyzolsäure, Milchsäure, Harnstoff und Bernsteinsäure, aber auch Aminosäuren wie Alanin und Glycin. Das Miller-Ure-Experiment konnte damit die Hypothese bestätigen, dass unter Bedingungen einer Uratmosphäre organische Moleküle entstehen können, wie sie heute in Lebewesen vorkommen. 2008 wurden erneut Untersuchungen im Originalgefäß durchgeführt und es wurden acht weitere meisthydroxilierte Aminosäuren gefunden. Diese Verbindungen waren aufgrund der Analysemethoden der 1950er Jahre übersehen worden. Das Wichtigste zum Miller-Ure-Experiment noch einmal kurz zusammengefasst. Das 1953 in Chicago durchgeführte Experiment hat die Hypothese bestätigt, dass unter den Bedingungen einer Uratmosphäre organische Moleküle entstehen können, wie sie heute bei Lebewesen vorkommen. So zeigten die Analysen nach einer Woche, dass sich 18% der Methanmoleküle in Biomoleküle umgewandelt haben und aus dem Rest entstand eine terartige Masse. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!